So, guten Morgen, guten Tag, guten Abend zusammen, was wir auch haben. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, jedenfalls die mit Verstand, ja. Den Rest hier, was ich hier auch zeige, muss ich nichts groß zu sagen. Ja, es ist immer so, als wenn man jetzt hier so mit so kleinverzogenen Kindern in irgendeinem Heim zu tun hat, ja, für, ja, schwer erziehbare Kinder, ja. Man sagt, nein, tu das nicht, bumm, aber, ja. Man sagt, nein, tu das nicht, bumm, aber. Ja, man kann sich nur wiederholen und eben sagen, passt auf, ihr baut da Scheiße, ja. Ihr macht Scheiße, ihr verbreitet Lügen, Hetze, etc., ja, wie ihr es die ganze Zeit macht und zieht das auch noch ins Lächerliche, wollt dann so tun, eben, als wäre das alles lächerlich, eben Gewaltdrohung, ja, Verhetzen, Diskriminierung, sonst was, eben auch Beleidigungen zu Behinderung und etc., ja. Ich kann nur sagen, ihr könnt euch auch gerne immer weiter als Masse dastehen, das brauche ich gar nicht, ja. Auch weil der komische Typi da, der Schmarotzer, ja, der sich feige da auch wieder versteckt hinter einem Bild und hinter einem Fake-Namen, ja, ähm, kann ich nur eben sagen, ja, ähm, ich kann zu meinem Wort stehen, ja, und ich kann auch zu mir selber stehen und ich brauche dafür keine Masse, ja, und ich heule hier nicht rum, dass ich irgendwie alleine wäre oder sonst was, ja. Das ist lächerlich, aber das sind eben, wie gesagt, kleine, verzogene Kinder, ja, die nichts im Kopf haben. Das Schlimme ist, das sind wahrscheinlich Erwachsene, ja, so mein Alter so rum oder was weiß ich, ja, die, ähm, so eine kindische Art jetzt zeigen und damit eigentlich verdecken wollen ihre ganze rechte Scheiße. Weil was haben sie getan? Das konnte man eben auch in den vorigen Videos sehen und wird man auch noch in den kommenden Videos sehen. Ja, sie haben verhetzt, sie haben diskriminiert, sie haben unter allen anderen, ähm, meine Behinderung angegriffen, meine Person angegriffen und sie haben ganz klar auch mit Gewalt gedroht. Und alles das wurde von SC gedeckt und gefördert, ja, und damit zeigt SC eben auch, was für eine Plattform es ist. Ich war gerne in SC, wie gesagt, neun Jahre, ich habe mich auch für SC eingesetzt, ehrenamtlich, sozial und auch kreativ. Ja, da kann ich mich auch nur wiederholen, auch wenn es diese kleinen Kinder nicht verstehen und immer wieder gegen die Wand rennen. Ja, und, ähm, ich kann nur eben sagen, ähm, ja, es ist eigentlich traurig. Wie gesagt, man kann da eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, weil jetzt kommen sie auf eine schnüller Art, ja, auf eine, ja, also fallen in so eine Kindesart, ja, mit irgendwelchen, ja, ein Dreijähriger ist nichts dagegen, was die da jetzt hier bringen. Und wie gesagt, ich habe diese Leute auch einfach, ähm, gemeldet und, ähm, auf meinen Kanal gesperrt, weil ich da sowas nicht brauche, ja. Eben auch unter anderem jetzt die Hetze zu, ähm, Redline City, ähm, wo es weitergeht, ja. Sie wollen mich jetzt auch auf Redline City schlecht machen, auch schon in den vorigen Videos zu sehen. Was ja dann auch schon ganz klar eben mit einer Lüge beginnt, ja, weil, ähm, Redline City ist zu mir gekommen, ja, und, ähm, die Leute, also praktisch Leute daraus und haben gesagt, ey, pass auf, da drüben kannst du viel besser bauen, etc. Und komm mit rüber, ja. Ich habe aber immer gesagt, nee, ich bleibe hier im Deutschen, ja, im SC, ja, weil ich dachte auch, eigentlich werden da die Gesetze und die Regeln vertreten in ihren Regeln, ja, und, ähm, konnte nicht wissen, dass jetzt hier so ein Scheiß passiert, ja. Sonst wäre ich damals gleich rübergegangen, komplett nach, ähm, Redline City, ja, und hätte mich da ausgebaut und aufgebaut, weil, ähm, hätte ich gewusst, dass so eine Scheiße abgeht und das von SC gedeckt wird, ja, dann hätte ich das erst gar nicht mitgemacht. Na, da könnt ihr euch weiter wie kleine, verzogene Kinder verhalten. Ja, ich reihe ja immer euch selber, ja, ähm, und ich sage wieder, nein, tu das nicht und peng, lauft ihr gegen die Mauer, ja. Und ich sage wieder, nein, tut den Scheiß nicht, ja, hört auf, blind zu agieren, eure Hetze und sonst was zu treiben und peng, knallt ihr wieder voll gegen die Mauer, ja. Ja, und ich kann nur eben sagen, ich gebe das hier mal wieder, ja, dieses absolute dämliche Verhalten von den Leuten, ja. Wie gesagt, ähm, schaut euch auch die vorigen Videos an, weil sie agieren blind gegen meine Person, ja, gegen meine Behinderung auch, greifen eben auch mit aller Gewalt, ähm, meine Persönlichkeit an, ja, eben auch mit Gewalt drohen. Und es kommt auch noch mehr an Screens, ja, nur eben wollte ich das hier jetzt mal festhalten, weil das ist gerade aktuell, was reingekommen ist, ja, ähm, und dass diese Leute eben nicht raffen, dass sie, ähm, nur noch Schrott von sich geben, ja. Sie labern viel, aber dafür Schrott, ja, und auch wenn ich mich nur wiederhole, ja, wie bei kleinen Kindern, was ich ja muss, weil sie sich wie kleine Kinder verhalten, ja, ähm, es ist eben nur Schrott, was sie da von sich geben, ja. Und es ist eben gegen unser Gesetz auch teilweise und eben auch gegen Regeln und Richtlinien, ja. Jetzt ziehen sie es hier ein bisschen ins Lächerliche, machen einen auf Kleinkinder doof, ja, ähm, aber dabei unterstreichen sie immer noch ihre Hetze, ja, und ihre Lügen, ja, gegen meine Person eben, ja. Ich kann eben nur sagen, wie es ist, ja, sollen die Leute ihren Scheiß machen, nur nicht bei mir, ja, deshalb werde ich sie auch melden und auch sperren auf meinen Kanal, weil auf meinen Kanal möchte ich es gerne sozial haben, mit sozialen Menschen, mit Verstand, ja, und auch Bildung eben, ja, und nicht so ein Rotz wie hier, die sich auch noch feige hinter irgendwelche Fake-Namen und Fake-Bilder verstecken und meinen, sie müssten ihre, ja, Unbildung kundtun, ja. Wie gesagt, also es ist lächerlich und, ähm, dafür ist SC eben verantwortlich, weil SC, wie gesagt, mich zu Unrecht gesperrt hat, aufgrund, dass solche User mich, also ein Teil davon war bestimmt auch mit dabei, von diesen hier, ähm, die ich hier zeige in meinem Verlauf, ähm, und haben halt gegen mich agiert in SC. Und nur, weil ich Klartext gehen wollte und wissen wollte, was los ist, ja, ob auch unter anderem dieser Ralf Black, ja, wirklich im SC-Team sitzt oder sowas, es kam keine Antwort, ja, das ist auch zu sehen in den vorigen Videos, ja, es wurde keine Stellung von SC bezogen, das Einzige, was SC zu sagen haben, klärt das in PM, ja, oder wie auch noch ein Screen kommt von dieser Scholehner, ja, mit X euch, ja, ähm, Es ist wirklich nicht, ähm, irgendwo zu verstehen, ja, dass SC nicht einfach sagt, okay, wir klären das, ja, und wer ist im Recht und wer ist hier im Unrecht. Stattdessen, ja, gibt SC hier ein Massenrecht für Dummer aus, ja, und sagt, die Masse soll hierbleiben, ja, wahrscheinlich damit sie ihre, ja, Quoten haben oder ihre Zahlungen oder sonst was, ja, und sagen, die, die eigentlich sozial sind, die kicken wir hier raus, die löschen wir. Ja, das ist genau das gesellschaftliche Problem, ja, eben, ähm, geht es nicht um richtig und falsch, es geht nicht um Soziales, ja, es geht nicht um wirklich Verstehen oder um Bildung, ja, sondern um ein Massenprinzip, ja, und, ähm, das gibt es kein Gesetz, ja, das gibt es in keiner Regelung, ja, auch nicht in euren Glaubensbüchern oder sonst was, dass irgendwo steht, eine Masse steht über anderes. Ja, das hatten wir auch alle schon und das ist nichts anderes als rechte Scheiße. Das ist eben auch nichts anderes als asoziale Scheiße, und so kann ich es auch nur benennen. Auch wenn sich diese kleinen Kinder hier ja, diese, ähm, ja, verblödeten, ähm, darüber aufgingen, dass ich mich wiederhole, aber ich kann eben nur verblödeten, kleinen, dämlichen, rechten, asozialen, schlampen Kindern mich nur wiederholen bei diesen Dreckskindern und kann immer nur wieder sagen, nein, tu das nicht, und sie tun es wieder und wieder und wieder, ja. Und, ähm, das zeige ich hier eben auch öffentlich mit gutem Recht, ja. Eben auch, wie sie jetzt anfangen, mhm, ja, es ins Lächerliche ziehen zu wollen, ja. Ähm, es sind ernste Themen, ja. Es geht auch eben ums Reale, es geht eben auch um reale Menschen, es geht um reale Gefühle, um reale Personen, ja. Und, ähm, das haben diese kleinen Kinder da, diese kleinen, rechten, dummen kleinen Kinder noch nicht verstanden, ja. Und sie begreifen einfach nicht, worum es im Leben geht. Ja, und dass sie Scheiße bauen, ja. Und, ähm, spielen hier auch nur, ja. Sie spielen hier wirklich nur ihre Rechte und asoziale Art aus und, ähm, richten sich gegen anderes, wie in diesem Moment gegen meine Person oder auch meine Behinderung oder auch meine Würde als Mensch.